Moin Moin und herzlich willkommen zu Transfermarkt TV. Keine Woche vergeht ohne neue Updates in der Causa. Wer wird neuer Bayern-Trainer und somit Thomas Tuchel-Nachfolger? Doch anfangen wollen wir mit einem Trainer von einem anderen europäischen Top-Verein. Es geht um Xavi. Der 44-jährige Trainer des FC Barcelona hat nun seinen Rücktritt vom Rücktritt bekannt gegeben. Vizepräsident Juste bestätigt, Barca verbleibt von Trainer Xavi. Der 62 Jahre alte Vertreter von Juan Laporta sagte nach dem am Mittwochabend aufgekommenen Berichten über einem Rücktritt von Rücktritt des 44-Jährigen Wir hatten ein gutes Meeting. Ich habe nie daran gezweifelt, dass Xavi weitermachen würde. Der Vertrag des Ex-Profis läuft bis 2025. Am Donnerstag wurde für 13 Uhr eine Pressekonferenz einberufen. Ende Januar hatte Xavi noch erklärt, mit seinem Rückzug zum 30. Juni Raum für einen notwendigen Kurswechsel schaffen zu wollen. Außerdem wolle er mehr Zeit für seine Familie haben. Bei den folgenden Spekulationen um einen Nachfolger war auch der Name des früheren Bayern- und Bundestrainers Hansi Flick gefallen. Nach dem Treffen von Xavi mit Laporta, Juste sowie Sportdirektor Deko betonte der Vizepräsident, Xavi möchte dieses Projekt zu Ende bringen und wir müssen ihn unterstützen. Wir haben keinen Titel gewonnen, aber ich bin überzeugt davon, dass wir aufgewacht sind. Verlieren muss Konsequenzen haben, aber mit Nuancen. Wir sind dabei, die Mannschaft zu verbessern und mit jungen Leuten wie Pau Kobasi, Lamin Jamal und Fermin Lopez Begeisterung zu erzeugen. Für mich ist das ein großes Plus und Xavi hat es erreicht. Nun aber zur Bayerns Trainerthematik. Denn in den letzten Tagen wurde viel geschrieben, viel geredet, immer wieder im Fokus Ralf Rangnick, der aktuell noch als österreichischer Nationaltrainer unter Vertrag steht. Laut der SZ soll man sogar schon so weit sein, dass Rangnick dem FC Bayern nur noch zusagen muss. Österreichs Nationaltrainer Ralf Rangnick hat ein Interesse des FC Bayern an seiner Person bestätigt. Es gab eine Kontaktaufnahme von Bayern München. Darüber habe ich auch den ÖFB informiert, sagte der 65-Jährige im Interview mit 90 Minuten AT. Wir haben ein sehr vertrauensvolles Verhältnis. Mein Fokus liegt auf der österreichischen Nationalmannschaft. Wir konzentrieren uns vollkommen auf die Europameisterschaft. Ich fühle mich hier sehr wohl. Laut der Süddeutschen Zeitung liegt es nun an Rangnick selbst, ob er Trainer des FC Bayern wird oder nicht. Die Verantwortlichen des Rekordmeisters haben sich dem Vernehmen nach geschlossen auf den Routinier festgelegt. Nun fehle nur noch dessen Zusage. Also ein Angebot liegt vor und im Zuge dessen seien angeblich nur noch Details zu klären, sofern Rangnick in München übernehmen wolle. Der ÖFB würde seinem Coach keine Steine in den Weg legen, heißt es. Ein Wechselwunsch soll Rangnick bislang aber nicht kundgetan haben. Laut Fabrizio Romano befinden sich Rangnicks Gespräche mit den Bayern in einem konkreten Stadium. Demnach möchte der Coach über das Projekt, langfristige Pläne und Transfers informiert werden. Rangnick selbst reagiert zwiegespalten. In dem Moment, wo die Bayern sagen würden, wir wollen sie und dann muss ich mich fragen, will ich das überhaupt? Also hundertprozentige Überzeugung klingt auf jeden Fall anders. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, ob Rangnick der richtige Mann für den FC Bayern ist. Also Rangnick möchte informiert werden, was für Transfers im Sommer schon mal so anstehen. Und einer könnte vom Meister zum Rekordmeister wechseln und das ist Jonathan Tarr. Der FC Bayern forciert einen Tattransfer. Gespräche mit dem Management des Bayern-Profis soll es wohl schon gegeben haben. Diese neuesten Entwicklungen berichten unter anderem TV-Sender Sky, aber auch die Bild zog nach und berichtete kurz darauf von dem Interesse der Münchner. Bevor sich ein Transfer konkretisieren könne, haben die Bayern demnach aber den Plan, zunächst einen Innenverteidiger zu verkaufen. Mit Matthijs De Ligt, Min Jae Kim, Dayo Opamikano, Eric Dyer, Talent Tariq Buchmann sowie Leihrückkehrer Josep Stanisic stehen nach aktuellem Stand sechs Spieler für diese Position im Kader der nächsten Saison. Tars Marktwert liegt nach einem 5 Millionen plus beim jüngsten Bundesliga-Update bei 30 Millionen Euro. Der gebürtige Hamburger ist noch bis Juni 2025 am Bayern gebunden. Die Leverkusener würden nicht daran denken, den Profi vorzeitig abzugeben. Ohne Verlängerung wäre der kommende Sommer wohl die letzte Möglichkeit, noch eine annähernd marktwertgerechte Summe einzustreichen. Der FC Bayern plane weitere Schritte, sobald der neue Cheftrainer feststeht. Kurz und knackig das nächste Gerücht, was eigentlich schon so gut wie ein feststehender Transfer ist, der allerdings aber noch an eine Bedingung geknüpft ist und die heißt Klassenerhalt. Es geht um Kevin Stöger. Laut der Sportbild holt Union Berlin Bochums Topscorer Stöger, wie gesagt, Voraussetzung ist, dass man die Klasse halten kann. Kevin Stöger spielt die beste Saison seiner Karriere und hat einen am 30. Juni auslaufenden Vertrag. Das macht den 30 Jahre alten Topscorer des VfL Bochum schon im Winter interessant für Union Berlin, doch die Bochumer legten ein Veto ein. Laut der Sportbild könnte es mit 6-monatiger Verspätung doch noch zu diesem Transfer kommen, falls die Eisernen die Klasse halten. Was die Sache brisant macht, Union und Bochum treffen im Kampf um den Klassenerhalt am 32. Spieltag direkt aufeinander. RB Leipzig, man liebt sie oder man hasst sie, dazwischen gibt es nicht wirklich was. Aber was man in Leipzig anlassen muss, sie haben eine gute Transfer-Taktik. Sie kaufen Spieler für einigermaßen angemessene, niedrigere Summen und verkaufen sie dann sehr, sehr teuer weiter. So sollen jetzt auch 6 RB-Profis Ausstiegsklauseln haben. Laut Sky besitzen Castello Luqueba, Dani Olmo, Mohamed Simakhan, Amadou Haidara, Benjamin Schesko sowie Luis Openda Ausstiegsklauseln in ihren Arbeitspapieren. Vier davon sind demnach im kommenden Sommer gültig. Dem Pay-TV-Sender zufolge kann Olmo für 60 Millionen wechseln, Simakhan für 70 Millionen Euro, Haidara für 30 Millionen Euro und Schesko für 50 Millionen Euro, ohne dass RB ein Veto einlegen könnte. Die Exit-Optionen bei Openda und Luqueba sollen erst 2025 erstmals aktiviert werden können. Dann würden der belgische Angreifer 80 Millionen Euro kosten, während der französische Innenverteidiger im Bereich von 70 Millionen Euro bei einem anderen Verein unterschreiben könne. Zusammen kommt das Sexted auf einen aktuellen Marktwert von 242 Millionen Euro. Alle Ausstiegsklauseln zusammengerechnet ergeben 360 Millionen Euro. Also eine Menge Geld, was Leipzig da einstreichen könnte. Die Leipziger Volkszeitung legte sogar nochmal nach und revidierte die Infos um Luqueba rund 24 Stunden später. Die Klausel in Höhe von 70 Millionen Euro gelte erst für den Sommer 2026. Im Jahr 2025 sei der Verteidiger für eine festgeschriebene Summe von 90 Millionen Euro zu haben. Nach den Beispielen Dominik Chobuschlei, Joschko Guardiol oder Christopher Nkunku wären Verkäufe von Leipzig natürlich nicht auszuschließen. Was glaubt ihr, könnte einer der Leipzig-Stars demnächst schon wechseln? Und wenn ja, wohin würde es den Spieler dann ziehen? So, nun kommen wir noch zum News-Ticker und da haben wir ein paar Personalien für euch, wo bereits Nägel mit Köpfen gemacht wurde. Erster Neuzugang. Der KSC holt das Schweizer Talent Noah Rupp vom FC Luzern. Der Karlsruher SC hat seinen ersten Neuzugang für die kommende Saison unter Dach und Fach gebracht. Noah Rupp wechselt vom FC Luzern zum deutschen Zweitligisten, bei dem er das zentrale Mittelfeld verstärken soll. Rupp gilt als eines der großen Talente der Schweiz und wurde von vielen Vereinen umworben, heißt es in einer Mitteilung des KSC. Der Linksfuß mit einem Markwert von 200.000 Euro kam in der laufenden Saison vor allem für die Zweitvertretung Luzerns zum Einsatz. Dort fiel er mit sechs Toren in 15 Partien auf. Mit 17 Jahren, 11 Monaten und 26 Tagen hatte Junioren-Nationalspieler Rupp einst seine Premiere in der Super League gefeiert. Der FC Porto zieht die Kaufoption für die Ajax-Leihgabe. Das Vater-Sohn-Duo Conceição bleibt also beim FC Porto bestehen. Der FC Porto hat die Kaufoption für Francisco Conceição gezogen. Der von Ajax Amsterdam ausgeliehene 21 Jahre alte Angreifer unterschrieb einen Vertrag bis 2029. Porto überweist für den Sohn von Trainer Sergio Conceição 10 Millionen Euro in Richtung Niederlande. Conceição war im Sommer 2022 für 5 Millionen Euro von Porto zu Ajax gewechselt. Nach einem durchwachsenen Jahr kehrte er auf Leihbasis zurück. In der laufenden Saison steuerte der Rechtsaußen in 38 Partien je sieben Tore sowie Vorlagen bei und feierte im März sein Debüt in der portugiesischen Nationalmannschaft. Kapitän und Schlussmann Ron Robert Zieler bleibt bei Hannover 96. Hannover 96 und Kapitän Ron Robert Zieler gehen in die erneute Verlängerung. Der 35 Jahre alte Keeper bleibt bis 2025 bei den Niedersachsen, wie der Zweitligist am Dienstag mitteilte. Ron ist eine absolute Identifikationsfigur bei Hannover 96 und in der ganzen Region. Seine Vita steht für sich. Als unser Kapitän übernimmt er nicht nur während der 90 Minuten auf dem Platz Verantwortung, sondern auch davor und danach in der Kabine. Wir sind sehr glücklich darüber, dass er auch weiterhin mit all der Erfahrung, auf die er inzwischen zurückblicken kann, ein sicherer Rückhalt für unsere Mannschaft ist, erklärt Sportdirektor Markus Mann. Und nun kommen wir zum Abschluss noch zu zwei fixen Trainerentscheidungen in der 2. und 3. Liga. Der abstiegsbedrohte MSV Duisburg hat Trainer Boris Schommers freigestellt. Nach drei Niederlagen aus den letzten vier Spielen hat sich der stark krisene MSV Duisburg von Trainer Boris Schommers getrennt. Wie der Drittligist, der mit 30 Punkten auf Platz 18 steht und damit den Abstieg kaum mehr abwenden kann, mitteilte, wurde der 45-Jährige mit sofortiger Wirkung freigestellt. Schommers sammelte seit Amtsantritt im Oktober in 25 Partien im Schnitt nur 0,92 Punkte. Bis zum Ende der Saison übernehmen der Leiter der Nachwuchsabteilung Uwe Schubert und Lizenzbereichschef Branimir Bayec das Team. Osnabrück steht kurz vor dem Abstieg aus der 2. Liga, hat aber mit Trainer Uwe Koschinat verlängert. Trotz des bevorstehenden Abstiegs aus der 2. Bundesliga hat der VfL Osnabrück mit Trainer Uwe Koschinat verlängert. Der Vertrag des 52-Jährigen, der aus bislang 16 Spielen im Schnitt 1,06 Punkte sammelte, lief ursprünglich am Saisonende aus. Für wie lange das neue Arbeitspapier gültig ist, teilten die Niedersachsen nicht mit. Dafür aber, dass es auch für die 3. Liga gilt. Uwe passt als Typ und als Mensch zum VfL und zur Brücke. Sein ligaunabhängiges Commitment zum VfL spricht für ihn und seinen Charakter, heißt es vom Verein. Das war es für diese Woche. Wieder mal einiges los gewesen und ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von einer Verpflichtung der Bayern von Jonathan Thar halten würdet oder was ihr von der Connection Ralf Rangnick FC Bayern haltet. Also bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.